Hallo liebe Nostalgie-Fans da draußen, ich melde mich mal ganz kurz außer der Reihe zu Wort. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Der Katalog von 1969-70, die Dreharbeiten sind jetzt fast abgeschlossen. Mehr als 6000 Kameraeinstellungen, fast 7000 Kameraeinstellungen seit März. Das Projekt geht aber jetzt dem Ende entgegen und ich habe eine gute Nachricht für euch. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, kommenden Freitag geht die Sendung ins Netz. Es ist mit Abstand die längste Sendung, die wir je produziert haben und auch die umfangreichste. Und auch die, wo uns die meisten grauen Haare gebracht haben und am meisten Spaß gemacht hat. Und es gibt noch eine besondere Überraschung für euch. Judith und ich sind ja nächsten Monat am 14. und 15. September auf der Teuplorischen Kastrup-Hauxl und haben dort jede Menge Geschenke für euch. Unter anderem gibt es viele von den Requisiten von heute mit Zertifikat für euch als Geschenk. Und da wir auch das Jahr 1969 behandelt haben, haben wir auch Zeitungen von 1969 rund um die Mondlandung. Und neben hunderten von Actionfiguren, dann haben wir auch noch alte Matchbox-Autos, auch teilweise aus den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren als Geschenk für euch. Hörspielkassetten, dann haben wir Pets-Spender, Schleichfiguren, original verpackte Hot Wheels und Matchbox, also neue, dann bergeweise Playmobil. All die Sachen werden wir an euch verschenken und signieren. Und da freue ich mich schon ganz herzlich drauf und ich freue mich jetzt auch, diesen Film fertig zu schneiden. Und ich hoffe, dass wir ihn am Freitag fertig haben, er ins Netz geht und wir euch mitnehmen können auf eine wunderschöne Reise in die Vergangenheit. In diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen... Nostalgie pur! Aktiviere mir den Flux-Kompensator. Aktiviere mir den Flux-Kompensator. Ent Kartiviere mir den Flux in den Flux-Kompensator. Bist du das der Flux-Kompensator? In diesem Sinne würde ich dir sein, dass wir hier hervorbewerden möchten. Dann macht es dabei auch einen Weg zu dem Flux-Kompensator. Und das ist sofort ein Spiel, so gut aber auch drühen. Und dann macht es einfach ganz einfach ein Spiel. Vielen Dank.